Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute gibt es ein Video von mir, bei dem ich auf einen Beitrag eingehen möchte, der von Gabriele Krone-Schmalz ins Internet gestellt wurde. Wer Gabriele Krone-Schmalz nicht kennt, sie ist eine langjährige, seit Jahrzehnten tätige Journalistin, die unter anderem viele, viele Jahre in Russland zugebracht hat, dort aus Russland berichtet hat. Und sie ist im Moment, sagen wir mal, als Journalistin unterwegs, hält Vorträge und schreibt auch Bücher. Und Frau Krone-Schmalz hat in einem ihrer Vorträge, der unter anderem auch auf YouTube zu sehen ist, wir verlinken das mal in der Videobeschreibung, sie sich auch zum Thema Mobilität geäußert. Und ganz speziell zum Thema Elektromobilität. Und was sie dort, sagen wir mal, zum Besten gibt, das ist es wirklich wert, sich mal ein bisschen genauer anzugucken. Denn da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Und ich möchte mit euch gemeinsam jetzt in diesen Vortrag reinschauen. Und ich werde immer wieder mal kurz unterbrechen und entsprechend ein wenig dazu Stellung nehmen, was sie denn zum Thema Elektromobilität so zu sagen hat. Also, fangen wir einfach mal an und hören einfach mal rein. Das Kapitel Hysterikerland überspringe ich jetzt und springe in Gut und Böse. Und da das Thema Mobilität uns ja, Mobilität, Klimawandel uns alle ja fast jeden Tag irgendwie beschäftigt, habe ich mir gedacht, ich nehme den Ausschnitt Gute und Böse Mobilität. Sollten Verbrenner also gesetzlich verboten werden, um Bürger zu klimafreundlicherem Verhalten zu zwingen, wie es immer wieder gefordert wird? Ich betrachte die Sache jetzt einmal aus meinem ganz persönlichen Blickwinkel. Ja, das ist ja schon mal so ein Punkt, wo man schon mal anhalten muss und drüber reden muss. Sie will jetzt aus ihrer ganz persönlichen Meinung und Einstellung heraus zum Thema Verbrenner, Elektromobilität Stellung nehmen. Das sei ihr irgendwie soweit erstmal zugestanden. Das Problem ist nur, es ist kein Thema, was sozusagen isoliert, persönlich, privat betrachtet werden kann und darf, sondern es ist ein Thema, das nicht nur deutschlandweit, europaweit, sondern weltweit Bedeutung hat. Denn ob wir es schaffen, den Klimawandel aufzuhalten, ob wir es schaffen, die schlimmsten Auswirkungen dieser Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist keine Sache, die nur mich persönlich irgendwie etwas angeht, sondern das ist etwas, was uns alle etwas angeht. Von daher halte ich es für sehr schwierig, das ganze Thema aus einer rein persönlichen Sichtweise zu behandeln. Aber wir sollten mal weiter reinhören, was jetzt kommt. Weil sich daran der viel zitierte Unterschied zwischen Theorie und Praxis gut deutlich machen lässt. Ich wohne auf dem Land. Die Reichweite meines Fahrzeugs ist für mich von nicht unerheblicher Bedeutung. Würde ich in Berlin oder auch in Köln wohnen, sähe das möglicherweise etwas anders aus, vielleicht aber auch nicht. Denn wenn ich an meine Vortrags- und Lesereisen innerhalb Deutschlands denke, würde ich ungern alle 200 Kilometer nach einer Ladestation Ausschau halten, an der ich dann, wie lange eigentlich, stehe. Auch hier muss ich einfach mal anhalten. Frau Krone-Schmalz, ich weiß ja nicht, auf welchem Wissensstand Sie sind. Aber 200 Kilometer mit einem Elektroauto zurückzulegen, ist erstens mal überhaupt kein Problem. Und nicht nur im Sommer, natürlich auch im Winter kein Thema. Die Reichweiten aktueller Elektrofahrzeuge betragen selbst im Winter locker 250, 300, 400 Kilometer. Stetig steigend. Nach einer Ladestation Ausschau zu halten, ist etwas, was seit Jahren schon nicht mehr nötig ist. Denn entweder habe ich im Fahrzeug eine Navigation, die mich sowieso auf meiner Strecke von Ladestation zu Ladestation führt. Und das kann nicht nur Tesla, das können andere inzwischen auch und auch schon sehr lange. Frau Krone-Schmalz, ganz im Ernst, Sie sind doch noch nie mit einem Elektroauto eine längere Strecke gefahren. Vielleicht sind Sie auch noch nie mit einem Elektroauto überhaupt irgendwie unterwegs gewesen. Sonst würden Sie doch so eine Frage nicht stellen. Sind Sie vielleicht immer noch der Meinung, dass man mit dem Elektroauto 200 Kilometer fährt und dann acht Stunden irgendwo laden muss? Im Ernst? Dann sollten Sie sich ganz dringend mal ein Elektroauto ausleihen und das Ganze einfach mal praktisch ausprobieren, anstatt hier solche Aussagen zu treffen. Wer einwenden will, man komme mit den neuen Modellen von E-Autos mittlerweile bis zu 300 Kilometer weit. Klammer auf, das steht da nicht. Herr Musk hat ja versprochen, es wird 400, 500 beim Tesla. Klammer zu, aber der hat schon viel versprochen. Wer das also einwenden möchte, dem möchte ich sagen, dass auch beim Verbrennungsmotor die wenigsten, die Nerven haben, sich auf die Herstellerangaben zu verlassen, die in Tests ihre Berechtigung haben mögen, aber an den praktischen Anforderungen regelmäßig scheitern. Beladung, also Gewicht, Stau, Gegenwind und so weiter. Und was sind 300 Kilometer im Vergleich zu 800, die ich mit meinem Verbrenner spielen schaffe? Keine Frage, dass man mit einem Verbrenner 800 Kilometer an einem Stück zurücklegen kann. Das würde allerdings auch bedeuten, dass sie wahrscheinlich für, na sagen wir mal, sechs, sieben, acht Stunden lang nicht auf die Toilette gehen müssen. Erstaunlich. Und um das zu schaffen, trinken sie vielleicht auch in der ganzen Zeit gar nichts. Das wäre gefährlich, denn dann lässt die Konzentration nach. Dass sie vielleicht sechs, sieben, achthundert Stunden, äh, sechs, sieben Stunden ununterbrochen fahren, nichts essen, nichts trinken, keine Pause machen und sich nicht ausruhen. Das macht kein Berufsverkehrsfahrer so. Im Gegenteil, das dürfen die überhaupt gar nicht. Von daher ist auch hier wieder so eine Suggestion in diesem Vortrag drin. Man könnte spielend mit dem Verbrennerfahrzeug sieben, achthundert Kilometer am Stück fahren, was technisch vielleicht geht, aber in der Praxis völlig irrelevant ist, weil das macht niemand, beziehungsweise wer das macht, handelt aus meiner Sicht zumindest grob fahrlässig. Im Gegenteil, alle drei oder vier Stunden eine Pause zu machen, vielleicht alle drei Stunden ist ja ein ganz guter Wert, diese Pause dann auch zu nutzen, um sich selber ein bisschen wieder frisch zu machen, sich zu bewegen, was zu trinken, auf die Toilette zu gehen. Vielleicht hat man Kinder dabei, vielleicht den Hund dabei, mal ein paar Schritte zu gehen und diese Zeit zu nutzen, um wieder zu laden. Wer Elektroauto fährt, weiß, dass das überhaupt kein Problem ist. Sie, Frau Kronischmalz, scheinen das leider nicht zu wissen und auch falsch einzuschätzen. Wir schauen weiter. Das hat dann schon was mit Zeitökonomie und auch mit Freiheit zu tun. Mit Zeitökonomie und mit Freiheit. Also ich gebe Ihnen ja recht, dass man wahrscheinlich auf Strecken, die über 500, 600 Kilometer weit sind, mit dem Verbrennerfahrzeug schneller am Ziel sein kann, als mit einem Elektrofahrzeug. Wobei das auch ein bisschen was mit der Planung und mit der Art der Reise zu tun hat. Aber bei dem Punkt Freiheit, bei dem Punkt Freiheit muss ich wirklich mal einen Strich machen. Denn hier ist mir, als ich das das erste Mal gesehen habe, wirklich sozusagen das Messer in der Hose aufgegangen. Denn sie suggerieren hier oder sie stellen hier, versuchen hier einen Zusammenhang darzustellen zwischen persönlicher Freiheit und dem Laden oder der Art, der Weise, wie man mit einem Elektroauto unterwegs ist. Und beides hat doch nichts miteinander zu tun. Mit beiden Techniken können sie von A nach B fahren. Das ist Ihnen nicht eingeschränkt. Freiheit, Frau Kronischmalz, das sollten Sie als Journalistin, ganz ehrlich, das sage ich Ihnen jetzt mal ganz persönlich auf diesem Weg, die so viele Jahre aus Russland berichtet hat, auch zur Zeit des Kalten Krieges, dessen Begriff Freiheit sollte man nicht so lax in den Mund nehmen. Ein sehr komplexes Thema. Ich möchte aber kurz noch dabei bleiben. Aber wir schauen erst mal noch rein und dann gleich dazu noch ein wenig mehr. Nicht zu verwechseln mit der Tempolimit-Diskussion Freie Fahrt für freie Bürger. Ich nehme an, nicht wenige von Ihnen werden mir jetzt vorschlagen, dann doch lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Wenn alles klappt und man ohne Umsteigen von A nach B kommt, hat es durchaus etwas für sich, im ICE gemütlich seine Zeitung zu lesen und einen Kaffee zu trinken. Aber wie komme ich überhaupt zum Bahnhof, wenn ich auf dem Land wohne? Und was mache ich mit meinem Gepäck? Taxi? Fahrdienst? Oder einfach mit dem eigenen Auto zum Bahnhof fahren? Ist doch nicht so kompliziert, oder? Leichtes Gepäck, in Anspielung auf den Titel von Silbermond, kriege ich nicht wirklich hin. Teilweise aus Unvermögen, aber auch wegen diverser handfester Erfordernisse. Und noch ein Gedanke. Es ist noch nicht so lange her, dass mich mein Mann auf meinen zahlreichen Reisen immer begleitet hat. Mit Blick auf sein Alter und seinen Gesundheitszustand haben sich Bahnreisen mit dem Ganzen drum und dran, also zugige Bahnsteige, Gedränge, eine gewisse Hektik beim Umsteigen, weiß Gott nicht überall die Möglichkeit, Rolltreppen oder Aufzüge nutzen zu können. Von vornherein verboten. Nicht zu reden vom zusätzlichen Gepäck. Fazit? Bahnreisen, wo immer es geht, wunderbar. Aber es passt eben nicht für jede Lebenssituation. Eine moralische Entscheidung? Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Halten wir an der Stelle noch mal kurz an. Ich kann ja verstehen, und das kann ich wirklich, dass Sie sagen, in Ihrer Situation brauchen Sie individuelle Mobilität, um Ihre beruflichen oder privat initiierten Fahrten zu erledigen. Gar keine Frage. Ich fahre selber auch Auto. Und ich habe auch in einem meiner letzten Videos deutlich gemacht, warum wir sogar im Moment noch auf zwei Fahrzeuge angewiesen sind. Was mir hier nicht gefällt, ist der Zusammenhang, den Sie konstruieren. Wir waren ja beim Stichwort Freiheit. Und dazu habe ich schon ein ganz bisschen was erzählt. Ich führe das mal noch ein bisschen weiter aus. Für sich in Anspruch zu nehmen, mit dem Pkw unterwegs zu sein, gleichzeitig aber das Elektroauto abzulehnen, weil es ja nicht so weit kommt und weil man ja nach Ladestationen suchen muss. Und wir werden auch gleich noch hören, weil das ja alles so furchtbar umweltschädlich ist, bedeutet auch auf der anderen Seite, dass man dann weiter mit einem Fahrzeug unterwegs ist, das einen Verbrennungsmotor verwendet und auch fossile Kraftstoffe verwendet. Und die Verwendung von fossilen Kraftstoffen, die alle ja auf Öl basieren letztlich, bedeutet natürlich auch, dass dieses Öl in anderen Ländern gefördert werden muss. Und man braucht wirklich nicht viel Zeit, um auf Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine Informationen darüber zu finden, was das für Auswirkungen in den Ländern hat, wo das dann herkommt. Öl wächst auch in Saudi-Arabien oder in Nigeria oder in Venezuela nicht am Baum und es fällt auch nicht vom Himmel. Es muss dort gefördert werden. Und was dann dort passiert, das können Sie sicherlich genauso gut recherchieren, wie ich das kann. Es hat gesellschaftliche und es hat auch umwelttechnische Auswirkungen, die zum Teil katastrophal sind, vor denen wir aber sehr, sehr gerne die Augen zumachen und sagen, das geht mich nichts an. Ich tanke das einfach an der Tankstelle und darum sollen sich andere Leute kümmern. Und das hat auch etwas mit Freiheit zu tun. Denn diese Freiheit, die ich mir dann rausnehme für die Mobilität, die ich brauche, die ich will, die ich so für mich in Anspruch nehme, diese Freiheit bedeutet an anderen Stellen auf der Erde massive Einschnitte in die Lebensgrundlagen und hier will ich vom Klimawandel und den Auswirkungen, die die Verbrennung dann mit sich bringt, gar nicht reden. Ein schwieriges Thema. Aber den Zusammenhang, den Sie hier gesetzt haben, den finde ich fatal und den halte ich ehrlich gesagt nicht für angemessen. Und jetzt schauen wir weiter. Sind batteriebetriebene E-Autos wirklich die bessere Alternative, wenn man deren Produktion mit in die Klimabilanz einbezieht? Sie schweifen hier in eine aus meiner Sicht zynische Diskussion ab. Dass auch in Ihrem Smartphone oder in Ihrem Laptop Lithium-Ionen-Akkus verbaut sind, muss ich Ihnen an der Stelle sicherlich nicht sagen. Aber es gibt noch andere schöne Beispiele. Vielleicht haben Sie ja auch so eine Powerbank, Taschenlampen oder solche, ja, zugegebenermaßen vielleicht etwas fragwürdigen Schönheitsgeräte, so eine simple Haarschneidemaschine oder diese Taschenlampe. Vielleicht haben Sie ja auch so etwas zu Hause. So ein elektrisches Tool, so ein batteriegetriebenes Werkzeug, so einen kleinen Akkuschrauber hier. Haben ganz viele übrigens zu Hause. Können Sie in rauen Mengen von den unterschiedlichsten Herstellern in jedem Baumarkt kaufen, zum Teil auch bei Discounter-Märkten und sonst irgendwo. Sind auch Lithium-Ionen-Batterien drin. Wie oft wird so ein Ding eigentlich im Jahr benutzt? Vielleicht fünf Minuten, wenn es hochkommt? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Jahr überhaupt fünf Minuten damit gearbeitet habe. Und trotzdem sind Millionen von diesen Dingern bei uns in den Kellern, in den Haushaltsräumen, in den Werkzeugkästen drin. Kein Mensch, wirklich niemand, interessiert sich dafür, ob hier Lithium-Ionen-Akkus drin sind, die eventuell eine katastrophale, schlechte Umweltbilanz haben. Das interessiert einfach überhaupt niemanden. Wenn man sich über das Thema Umweltbilanz von Elektroautos unterhält, und zwar speziell in dem Teil über Batterien, also wenn man sich speziell über die Umweltbilanz von Batterien beschäftigt, Frau Krone-Schmalz, dann frage ich mich, warum Sie nicht im gleichen Atemzug über all diese zum Teil völlig sinnlosen und unnützen batteriegetriebenen Geräte sprechen, die jeder von uns und garantiert auch die bei Ihnen zu Hause einfach mal vorhanden sind. Übrigens hier noch ganz nett, da sind sogar gleich mehrere Batterien drin, das ist der Akku von meinem Akku-Rasenmäher. Über zehn Jahre alt, hält einwandfrei, überhaupt kein Problem. Ich habe aber noch nie erlebt, dass Sie oder andere Menschen vor Baumärkten protestieren gegen den Verkauf von solchen Akkus, weil die ja eventuell umweltschädlich sind. Aber das Elektroauto mit Lithium-Ionen-Akkus, das uns freimäßt, von der Verwendung von fossilen Brennstoffen ist böse. Schauen wir mal weiter. Fast alle Hersteller von Elektroautos konzentrieren sich heute auf Lithium-Ionen-Batterien, deren Erfinder 2019 den Chemie-Nobelpreis bekommen haben. Smartphones, Laptops und weitere akkubetriebene Geräte haben durch diese neue Technologie einen Qualitätssprung erlebt. Die Umweltproblematik spielte erst mit Verspätung eine Rolle. Lithium-Batterien enthalten zum Beispiel Kobalt, das in größeren Mengen giftig und schwer zu entsorgen ist. Ja, natürlich sind im Elektroauto mehr Lithium-Ionen-Batterien drin, als vielleicht in so einer elektrischen Zahnbürste. Aber solche elektrischen Zahnbürsten werden seit Jahrzehnten millionenfach weltweit verkauft. Millionenfach. Der Anteil der Batterienzellen, also der produzierten Lithium-Ionen-Zellen, die im Moment noch in die Elektromobilität gehen, nimmt sich dagegen wie ein feuchter Pups aus. Einfach nur mal so. Abgesehen davon, Frau Krone-Schmalz, auch hier offenbaren Sie wieder eindeutige Wissenslücken. Denn der Anteil von Kobalt zum Beispiel in den Autobatterien nimmt immer weiter ab. Und auch bei mir im Keller sind zum Beispiel Batterien von meinem Hausspeicher, die schon völlig problemlos ohne Kobalt auskommen. Also man sollte sich schon ein bisschen intensiver informieren, bevor man mit solch steilen Thesen hier rüberkommt. Die katastrophalen Abbaubedingungen, zum großen Teil werden Kinder dafür eingesetzt. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu eigentlich noch sagen soll. Zwei Dinge vielleicht nur. Ich wiederhole nochmal, was ich eben gesagt habe. Also wenn Lithium-Ionen-Batterien so katastrophal sind und wenn sie sich auch über Kinderarbeit, die zum Teil tatsächlich natürlich auch damit in Verbindung gebracht werden muss, aufregen. Nochmal die Frage, dann sollten sie sich doch vielleicht lieber über die Dinge aufregen, wo dann diese problematischen Rohstoffe, wie sie sie nennen, eingesetzt werden, die zum Teil nur Sekunden oder Minuten im Laufe eines Tages oder im Laufe eines Jahres eingesetzt werden. Was für ein Schwachsinn. Aber ein Elektroauto wird doch jeden Tag eingesetzt. Hier werden die Rohstoffe wenigstens in einer vernünftigen Weise eingesetzt. Und glauben sie denn ernsthaft? Glauben sie wirklich ernsthaft, dass diese Mengen, die man braucht für diese ganzen Batterien, die hergestellt werden, jetzt plötzlich, weil man sie für Elektroautos braucht, aus Kinderarbeit kommen? Die Kinderarbeit gab es schon vorher und sie wird auch noch eine ganze Weile anhalten. Aber auch, wie wir das schon oft in unseren Videos gesagt haben, die Kinderarbeit ist ein strukturelles Problem, das strukturell angegangen werden muss und das hat nichts mit irgendeinem speziellen Produkt zu tun. Weder mit der elektrischen Zahnbürste noch mit dem Akku-Rasenmäher noch mit der Powerbank und natürlich auch nicht mit dem Elektroauto, sondern es ist ein strukturelles Problem, das wir angehen müssen. Sie beziehen es aber auf das Elektroauto und das verstehe ich einfach nicht, denn das Elektroauto ist ja gerade etwas, was den Bedarf an anderen Rohstoffen, nämlich an Erdöl, deutlich reduziert. Und ehrlich gesagt, solche Argumente von Menschen, die, in ihrem Vortrag haben sie es ja gerade gemacht, vorher noch so intensiv den Verbrenner sozusagen loben. Also ein Fahrzeug und ein Antriebskonzept, bei dem pro Jahr etwa ein bis zweitausend Liter Rohöl verbrannt werden und nicht mehr vorhanden sind, auch gar nicht mehr recycelt werden können, sie sind einfach weg. Denken sie doch mal da dran, wenn sie das nächste Mal mit ihrem Auto tanken gehen, wie viele Rohstoffe sie im Laufe ihres Lebens, wenn sie mit dem Verbrenner durch die Gegend fahren, komplett vernichten für alle Zeit. Und dann reden wir nochmal über das Thema Rohstoffbedarf. Haben zwar nichts mit der Umwelt zu tun, sind aber wegen der mit ihnen verbundenen Menschenrechtsverletzungen problematisch. Überhaupt keine Frage. Natürlich. Die Abbaubedingungen für diese Rohstoffe, sei es Lithium, sei es Kobalt, sind mit Sicherheit nicht optimal. Das sind sie aber bei ganz vielen anderen Stoffen natürlich auch nicht. Und Frau Krone-Schmalz, nur nochmal kurz zur Erinnerung, falls Sie es noch nicht wissen und das soll jetzt auch nicht besserwisserisch klingen, informieren Sie sich doch einfach mal bitte darüber, wir haben es schon oft gemacht, wo zum Beispiel Lithium und Kobalt auch in anderen Produkten eingesetzt werden, die garantiert auch bei Ihnen zu Hause eingesetzt werden. Und nochmal zur Erinnerung, Kobalt zum Beispiel wird ganz dringend gebraucht, um Kraftstoffe zu entschwefeln. Das heißt, mit jedem Liter Kraftstoff, den Sie in Ihrem Auto verbrennen, verbrennen Sie und benötigen Sie genauso Kobalt. Und zwar genau einmal. Dann ist es nämlich verbrannt und ist weg. Die Rohstoffe in der Batterie können dagegen wieder gewonnen werden. Das ist der entscheidende Unterschied und es ist super schade, dass Sie darauf in Ihrem Vortrag nicht eingehen. Darüber hinaus sind die weltweiten Vorräte an Lithium und Kobalt begrenzt. Mir war bisher nicht bewusst, dass die weltweiten Vorräte an Öl und Gas nicht begrenzt sind. Nur mal so am Rande. Die massenhafte Umrüstung auf diese Art von Batterien stößt also schnell an ihre Grenzen und schafft neue Probleme, statt welche zu lösen. Also davon ist mir definitiv nichts bekannt und alles, was man zu diesen Dingen nachlesen kann, sagt, dass die Rohstoffmengen wirklich riesig groß sind, gerade was Lithium angeht. Über Kobalt haben wir schon gesprochen. Kobalt wird aus den nächsten Batteriegenerationen verschwinden. Ist es auch zum Teil jetzt schon und der Kobalt-Anteil zum Beispiel bei Tesla, was Sie ja vorhin so kritisiert haben, das ist nun gerade die Firma, die am wenigsten Kobalt in ihren Batterien drin hat. Wir sind heute Anfang 2021. vielleicht unterhalten wir uns in zwei, drei Jahren noch mal wieder, wie dann die Batterietechnik aussieht. Ich glaube, gerade mit den nächsten Generationen an Batterien werden wir dieses ganze Thema Rohstoffe gar nicht mehr so intensiv besprechen müssen. Abgesehen davon, dass das Thema Recycling von diesen Rohstoffen auch ganz stark an Bedeutung gewinnen wird. Wir haben auch dazu schon ein Video gemacht. Die Recyclingmöglichkeiten sind da. Wir gehen also nach und nach in eine Kreislaufwirtschaft ein. Fun Fact am Rande, Sie verkaufen ja Bücher und natürlich lässt sich Papier wunderbar recyceln, ist gar keine Frage, aber auch in jedem Buch, was von Ihnen verkauft wird, stecken Frischzellen aus Bäumen. Nur mal so am Rande. Die Wissenschaft forscht deshalb unter anderem daran, wie man Elektroden aus organischen Naturstoffen herstellen und damit auf Kobalt verzichten könnte. Ja, daran wird geforscht. Das wird auch schon längst gemacht. Das ist schon längst Stand der Technik. Tesla Model 3 aus China zum Beispiel wird mit Kobaltfreien Batterien geliefert, mit Lithium-Eisenphosphat Batterien. Gar kein Problem. Die Forschung ist zum Erfolg gekommen. Es gibt diese Batterien. Übrigens, es sind keine neuen Batterien. In meinem allerersten Elektro-Kabinenroller hatte ich auch schon Lithium-Eisenphosphat Batterien drin, die komplett ohne Kobalt funktionieren. Auch völlig andere Batterietypen sind im Visier. Zum Beispiel eine Natrium-Ionen-Batterie, die mit dem reichlich vorhandenen Rohstoff Salz arbeiten kann. Oder Magnesium-Schwefel-Akkus. Erst seit kurzem und verstärkt seit dem Corona-Konjunkturpaket wird auch die Forschung zu Wasserstofftechnologie gefördert, nachdem sie lange Jahre ein Nischendasein führte und teilweise schon abgeschrieben wurde. Also Frau Kronischmalz, soweit mir bekannt, wird an dem Thema Wasserstoff schon sehr lange geforscht. Auch genauso lange schon gefördert. Das Problem ist nur, bisher waren das alles Rohrkrepierer. Und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Zumindest im PKW-Bereich. Aber hören wir mal weiter zu. Hier gibt es sowohl die Möglichkeit, Wasserstoff in herkömmlichen Motoren zu verbrennen, wie Benzin und Diesel, oder mit ihm in einer Brennstoffzelle Strom zu erzeugen. Richtig erkannt. Das funktioniert. Aus dem Thema direkte Wasserstoffverbrennung haben sich allerdings die allermeisten Hersteller komplett zurückgezogen. Und die Erklärung ist auch ganz einfach. Der Wirkungsgrad ist einfach grottenschlecht. Der Wirkungsgrad, wenn Sie Wasserstoff direkt im Verbrennungsmotor verbrennen, ist ja kein Deut besser, als wenn Sie dort kohlenwasserstoffhaltige Kraftstoffe verbrennen. 20 Prozent, 30 Prozent, wenn es hochkommt, vielleicht mal 40 Prozent. Die Vorkette der Wasserstoffproduktion, also diese katastrophale energieineffiziente Vorkette der Wasserstoffproduktion, spielt natürlich dann hier auch eine genauso Rolle. Egal, ob Sie es in der Brennstoffzelle verwenden oder noch schlimmer, direkt im Verbrennungsmotor verbrennen. Sie brauchen immer viel, viel mehr Energie, um die gleiche Strecke basiert auf Wasserstoff zurückgelegen, als sie direkt elektrisch zurückzulegen. Vielleicht wissen Sie das nicht, dann wissen Sie es jetzt. Und wenn Sie es nicht glauben, es gibt genug Quellen, wo Sie es nachlesen können, der dann das Fahrzeug antreibt. Das Problem ist nur, reinen Wasserstoff gibt es nicht. Er muss erst erzeugt werden, zum Beispiel durch die Elektrolyse von Wasser. Und das geht nur mit Strom. Doch den braucht es ja auch für die batteriegetriebenen Elektroautos. Ist der zur Erzeugung des Wasserstoffs genutzte Strom emissionsfrei, dann ist auch das Wasserstoffauto emissionsfrei. Es hat nur eben gleichzeitig zwei bis dreimal so viel Energie verbraucht, wie die gleiche Strecke, die man mit einem reinelektrischen Batterieelektroauto zurücklegen kann. Und wenn man zwei bis dreimal so viel Energie braucht, dann muss man auch zwei bis dreimal so viel Energie erzeugen. Und dann braucht man auch zwei bis dreimal so viel Windräder oder zwei bis dreimal so viele Solaranlagen oder zwei bis dreimal so viel Wasserkraftanlagen, was auch immer. Und die fallen auch nicht vom Himmel. Auch die müssen mit Rohstoffen erzeugt werden. Mir ist nicht bekannt, dass eine Windkraftanlage einfach so aus dem Feld wächst. Doch anders als beim Elektroauto ist kein Akku erforderlich. Falsch. Das ist leider falsch, Frau Krone-Schmalz. Im Wasserstoffauto sind genau die gleichen Komponenten drin wie im Elektroauto plus die ganzen Komponenten eben für die Brennstoffzelle. Den Tank, die Brennstoffzelle selber, ganz viele Sensoren und so weiter und so fort. Und da ist auch ein Akku drin. Ja, der ist vielleicht kleiner, aber er ist auch vorhanden und er braucht auch Rohstoffe. Oder fangen wir jetzt an, einen Unterschied zu machen. Kleiner Akku mit dem bösen Lithium ist nicht ganz so böse wie großer Akku mit mehr Lithium drin. Das wäre aus meiner Sicht eine wirklich extrem zynische Diskussion. Wir schauen mal weiter. Und der Wasserstoff kann einfach an Tankstellen nachgetankt werden, sofern diese entsprechend umgerüstet sind. Also jetzt habe ich ja langsam wirklich eine Krise, wenn ich das höre. Also eine normale Tankstelle auf Wasserstoff umzurüsten, das hört sich so an, als bräuchte man einfach nur irgendwie den alten Tank da aus dem Erdboden rauszunehmen und einen neuen Tank da irgendwie reinzusetzen. Auch hier muss ich ganz ehrlich irgendwie mal sagen, habe ich das Gefühl, dass sie sich mit dieser Technik auch nicht richtig auseinandergesetzt werden. Und deswegen rate ich Ihnen ganz einfach mal, sich Wasserstoff Tankstellen anzugucken und sich über die entsprechenden Anforderungen, Sicherheit, bauliche Anforderungen, alles, was dazu gehört, mal zu informieren. Dann würden Sie nämlich offen gesagt einen solch groben Unfug nicht erzählen und einfach so sagen, man kann einfach eine Tankstelle irgendwie umrüsten. Denn ganz so einfach ist es nun wirklich nicht und übrigens auch nicht so günstig. Idealerweise würde es folgendermaßen funktionieren. In der Sahara zum Beispiel wird mit Sonnenenergie Strom gewonnen. Den nutzt man für Elektrolyse. Daraus entsteht Wasserstoff, der wird komprimiert, in Tanker gefüllt und nach Europa transportiert. Ja, in einer idealen Welt ist das natürlich alles überhaupt gar kein Problem, einfach mal in der Sahara oder sonst irgendwo entsprechend große Kapazitäten aufzubauen. Leider ist es eben nicht so einfach, denn diese Kapazitäten müssen ja erst mal irgendwie aufgebaut werden. Und dazu müsste man vielleicht auch erst mal mit den Leuten sprechen, die dort leben, ob sie das eigentlich gut finden und ob das überhaupt Sinn macht, dass wir dort solche riesige Infrastruktur aufbauen, damit wir hier bei uns sauber Auto fahren können mit einer Technik, die viel mehr Energie verbraucht als ein reines Elektroauto. Wäre es denn nicht vielleicht sinnvoller, den dort erzeugten Strom den Menschen dort vor Ort zur Verfügung zu stellen und das erst mal prioritär zu machen? Denn dort werden immer noch Wälder abgeheult. Dort wird immer noch mit Petroleum Licht gemacht und werden Dieselgeneratoren betrieben. Aber wir reden jetzt schon wieder über diese in so einer Kolonialherrn-Manier darüber nach dem Motto, wir bauen da mal irgendwelche Anlagen auf, die erzeugen uns dann den Strom und für uns den Wasserstoff, den wir dann hier verwenden können. Also tut mir leid, aber das ist eine Herangehensweise, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Auf diese Weise hätte man nahezu unbegrenzt billigen schadstofffreien Wasserstoff. Na, das ist aber eine stolze These, die Sie hier rüber machen. Ja, unbegrenzt schadstofffreien Wasserstoff. Na gut, okay, das mag vielleicht eine technische Vision sein, aber wie sehr machen wir uns abhängig von anderen Ländern, wenn wir uns darauf verlassen? Wollen wir wirklich in Zukunft abhängig sein von Ländern in Nordafrika oder in der Sahara, die für uns dort entsprechend den Wasserstoff produzieren? Wollen wir das wirklich? Ist das wirklich das Ziel, was wir haben? Oder sollten wir nicht eigentlich eher unsere Hausaufgaben machen, unseren Energiehunger entsprechend reduzieren und die Energie möglichst weit bei uns produzieren, anstatt uns wieder abhängig zu machen? Ich habe überhaupt kein Problem damit, auf so eine Art und Weise auch Entwicklungshilfe zu leisten und Ländern auch zu Wohlstand zu versorgen. Aber aus meiner Sicht muss erst mal das Prinzip sein, die Energie vor Ort zu erzeugen und die Energie auch dort den Menschen zur Verfügung zu stellen für medizinische Anwendungen, für Bildung, für alles Mögliche und nicht immer gleich zu sagen, ja, wir produzieren dort, wir schaffen das irgendwie zu uns, damit wir hier unseren Lebensstandard noch weiter steigern können. Also das ist irgendwie eine Diskussion, mit der ich persönlich überhaupt nicht klarkomme. Der Haken an der Sache. Die Solarfelder in der Sahara sind bislang nur Utopie und werden es angesichts der politischen Lage in der Region wohl auch erst einmal bleiben. Und wenn konventioneller Strom zur Herstellung genutzt wird, dann ist auch das Wasserstoffauto ebenso wie die batteriegetriebenen Elektroautos nicht emissionsfrei. Vielleicht nicht emissionsfrei, aber wir wissen ja auch, dass ein Elektroauto aufgrund seines unfassbar hohen Wirkungsgrades, selbst wenn es mit Kohlestrom betrieben wird, nicht schlechter als ein Diesel-Pkw ist. Und da wir ja aus der Kohleverstromung aussteigen und auch nicht immer 100 Prozent Kohlestrom bei uns im Netz haben, ist also selbst mit dem jetzigen Strommix, den wir haben, das Elektroauto um Längen besser als jeder Verbrenner. Jetzt schon. hat aber gegenüber dem einen schlechteren Wirkungsgrad. Das heißt, die wirklich zur Fortbewegung genutzte Energie steht in einem schlechteren Verhältnis zur insgesamt verbrauchten Energie. Zudem ist für Brennstoffzellen derzeit noch Platin notwendig, was die so betriebenen Autos sehr teuer macht. Aber all das zeigt, es wird untersucht und geforscht und experimentiert. Kurzum, der einzige Rohstoff, der in Deutschland unbegrenzt vorhanden ist, wird intensiv genutzt, um Lösungen zu finden. Das menschliche Gehirn und seine Innovationskraft. Beim Durchforsten der Publikationen der Leopoldina, diese Forschungseinrichtung, ich glaube, die weltweit älteste. Beim Durchforsten der Publikationen ist mir denn auch immer wieder aufgefallen, dass von Technologie offen die Rede ist. Der Stein der Weisen zur E-Mobilität ist noch nicht gefunden. Ja, und da bemühen Sie dann auch wieder den Begriff der Technologieoffenheit. Und die Technologieoffenheit, das ist ja so ein Begriff, der sehr gerne benutzt wird, damit man sich erst mal ein bisschen aus der Diskussion und aus der Bildung eines Standpunktes herausziehen und sagen kann, naja, wir forschen mal hier und wir forschen mal da und wir wissen ja noch gar nicht so genau, was wir eigentlich brauchen. Naja, also die Physik und die Technik sprechen hier eine ganz, ganz andere Sprache. Wirkungsgrad, Bedarf an Energie und so weiter und so fort. All das zeigt ganz deutlich, dass Elektroauto wirklich um Lichtjahre im Vorteil gegenüber anderen Antriebsarten. Ob es jetzt Wasserstoff ist in der Brennstoffzelle, ob es E-Fuels sind, was auch immer. Wenn es um Energieeffizienz geht, gewinnt immer das Elektroauto. Immer. Und da scheint es mir wenig hilfreich zu sein, wenn ein Weg gigantische Fördermittel verschlingt und diverse andere innovative, vielversprechende Ideen ein Schattendasein führen, weil sie in der Politik aus welchen Gründen auch immer keinen Widerhall finden. Also davon kann ja überhaupt gar keine Rede sein. Gerade das Thema Wasserstoff und auch E-Fuels hat einen enormen Widerhall in der Politik. Leider, muss man klar sagen. Wir haben auch schon auf unserem Kanal viel, viel darüber berichtet. Das Thema Wasserstoff haben wir jetzt auch gerade eben schon besprochen. Auf das Thema E-Fuels will ich an der Stelle überhaupt gar nicht eingehen. Gucken Sie dazu einfach mal unsere Videos dazu und auch auf vielen, vielen anderen Kanälen. Ich glaube, dass es nicht im Sinne des Erfinders sein kann, E-Fuels zu produzieren. Übrigens gleiche Diskussion Energieerzeugung irgendwo in Afrika oder sonst wo und Transport bis hierher. Das kann einfach nicht der Weg sein. Hier ist ja der energetische Wirkungsgrad noch viel, viel schlechter. Das sind einfach keine Wege. Das ist nicht etwas, was man sich als Ideologie ausdenkt, sondern das ist etwas, was die Physik einem einfach mitteilt. Das ist eine schlicht untergreifend einfache physikalische Grundgesetzmäßigkeit, dass die Verwendung von elektrischer Energie zum Antrieb in einem reinen Elektroauto effizienzmäßig das Beste ist, was man überhaupt machen kann. Da geht nichts drüber und auch nichts drunter. Doch nur Brennstoffzellen und E-Fuels, die sind wesentlich schlechter. Und dafür sollen wir weiterhin Milliarden ausgeben? Okay, vielleicht für bestimmte Anwendungen, Schwerlastverkehr, Busse, was auch immer. Aber wir reden ja hier im Moment über den Individualverkehr. Und da, wie gesagt, geht am Elektroauto definitiv nichts vorbei. Was die CO2-Bilanz betrifft, da ist der Diesel 20 Prozent besser als alle anderen. Hat mir ein Forscher gesagt? Ja, hat Ihnen ein Forscher gesagt. Ich weiß gar nicht, wer hat Ihnen denn das gesagt? Ich sage nur mal ganz kurz an der Stelle. Ich bin selber über zehn Jahre lang einen Toyota Prius gefahren. Das ist kein Diesel, das ist ein Benziner. Und der ist von der CO2-Bilanz besser als der Diesel. Dann sollten Sie vielleicht diesen Forscher noch mal fragen, was er da genau gemeint hat. Der auf die Veröffentlichung seines Namens keinen Wert legt. Man hat den Verbrennungsmotor kaputt geschrieben, meint er, der keine Verbindung als Berater oder ähnliches zur Autoindustrie hat. Und weiter. In der Fachwelt ist klar, dass die CO2-Bilanz von E-Autos lange nicht so gut ist, wie in den Medien und bei den Grünen immer behauptet. Das ist in der Fachwelt überhaupt nicht so klar, wie Sie das darstellen. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Die CO2-Bilanz von Elektroautos ist wesentlich besser als die von allen anderen Antriebsarten. Egal, ob es Benzin, Diesel, Gas oder sonst irgendetwas gibt. Wenn man offen und ehrlich ist und alle Komponenten und alle Parameter in eine solche Berechnung mit einbezieht. Das wird eben leider häufig nicht gemacht. Auch dazu haben wir bereits eine ganze Menge darüber berichtet, Videos gemacht und auch Live-Sendungen und auch auf vielen anderen Kanälen ist darüber entsprechend berichtet worden. Und jeder, wirklich jeder, der dazu etwas anderes sagt, ist bisher massiv und ganz schnell entsprechend widerlegt worden. Und er weist auf die CO2-Belastung hin, die sowohl mit der Herstellung als auch mit der Verschrottung von derzeitigen E-Autos vermunden ist. Hierzu kann man wieder nur anführen, dass der CO2-Fußabdruck zur Produktion eines Elektroautos und Sie sprechen hier mit Sicherheit den CO2-Fußabdruck zur Produktion der Batteriezellen dramatisch besser geworden ist in den letzten Jahren. Von rund 150 bis 200 Kilogramm vor noch einigen Jahren CO2 pro Kilowattstunde Speicherkapazität ist man jetzt bereits im Bereich bei 60 bis 70 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Mit zunehmendem Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch unter anderem zum Beispiel durch den europäischen CO2-Zertifikatehandel ist ja die Menge an CO2-Emissionen, die in der Industrie auch entsprechend emittiert werden darf, gedeckelt und wird jedes Jahr weiter abgesenkt. Das heißt, es ergibt sich ganz automatisch daraus, dass die Herstellung von Batteriezellen in den nächsten Jahren noch deutlich umweltfreundlicher erfolgen wird, also weniger Energie verbrauchen wird, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Das auch nur am Rande. Die zudem noch eine kürzere Lebensdauer als ihre Verbrennungsmotorkollegen haben. Also hier muss ich ja nochmal ganz stark einhaken. Also wer Ihnen so einen Quatsch erzählt hat, der gehört ja wirklich mal hier irgendwie mal, weiß ich auch nicht, an die Wand genagelt. Also ganz kurz nochmal. Elektromotoren haben ja schon eine fast unendliche Lebensdauer. Also ich meine, wer hat schon mal irgendwo ein Elektroauto und Elektromotor tauschen müssen, wenn er ihn nicht irgendwie kaputt gefahren hat. Also das ist wirklich, also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und die Lebensdauer von Batteriezellen ist doch auch ewig lange. Ich meine, es ist ja klar, wir wissen das ja alle, eine Batteriezelle, die wird im Auto genutzt ungefähr 10, 12 Jahre, bis sie ungefähr bei 80 Prozent ihrer Kapazität angekommen ist. Dann könnte man sie natürlich auch noch weiter benutzen. Sie wird allerdings dann meistens in Second Use Anwendungen übergeben. Das heißt als stationärer Speicher, wo dann so eine Batterie noch viele, viele Jahre nutzen kann. Renault zum Beispiel sagt 10 Jahre im Auto und mindestens 10 Jahre im stationären Speicher. Dann ist man bei einer Batteriezelle bei 20 Jahren. Und es gibt weitere Projektionen, die zeigen, dass man auch, wenn eine Batteriezelle zum Beispiel bereits 40 Prozent ihrer Kapazität verloren hat, also nur noch 60 Prozent ihrer Ausgangskapazität hat, die auch noch weiterverwenden kann, zum Beispiel in Netzfernenspeichern. Nehmen wir doch einfach mal so eine Batterie von so einer Zoe mit 40 Kilowattstunden, dann hätte die nach 20 Jahren noch ungefähr 22, 24 Kilowattstunden Restkapazität. Wow, das ist ja das Zehnfache von dem, was ich als Hausspeicher habe. Also Wahnsinn, was man damit noch alles machen kann. Also wie man jetzt darauf kommt, dass das alles nicht so lange hält wie beim Verbrenner hat, ist es mir ja wirklich ein absolutes Rätsel. Über all das, und darum geht es, vermisse er eine seriöse Debatte. Nein, diese Debatte, die wird sehr intensiv geführt in den sozialen Netzwerken, auf den Kanälen, überall, Umweltbundesamt, alle sind dabei. Weil diese Debatte, Lifecycle-Analysen und so weiter von Elektroautos, ist seit Jahren ein Thema. Und es wird wirklich extrem darüber gestritten und es wird daran gearbeitet. Und nicht nur wir haben dazu Videos gemacht, auch andere haben dazu Videos gemacht, eigentlich Spuckeverschwendung darüber überhaupt zu reden. Es sei immer nur von emissionsfreien Autos die Rede, emissionsfreien E-Autos die Rede. Ja, das Elektroauto ist ja auch lokal emissionsfrei. Und das ist auch gut so. Ich meine, wo würden Sie denn vielleicht Ihr Enkelkind im Kinderwagen lieber entlang schieben? An einer Straße, wo lauter Verbrenner durch die Gegend fahren, die möglicherweise gerade aus dem Kaltstart kommen und Unmassen an Schadstoffen emittieren? Oder an einer Straße, wo emissionsfreie, also lokal emissionsfreie Fahrzeuge unterwegs sind? Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? Der frühere Präsident des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, bezeichnet genau das als zielgerichtete industriepolitische Täuschung und warnt vor der Enttäuschung, die sich zwangsläufig einstellen wird, sobald die Öffentlichkeit mitbekommt, dass sich die erhofften CO2-Reduzierungen dadurch nicht erreichen lassen. Ja, im Moment sprechen alle Zahlen allerdings eine andere Sprache. Und wie Sie vielleicht wissen oder nicht wissen, betrachtet Herr Sinn die ganze Geschichte auch nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Es gibt jede Menge Analysen zu seinen Äußerungen zu dem Thema, die alle zu dem Schluss kommen, dass er das Große und Ganze nicht sieht. Tut zwar so, macht er aber nicht. Und von einer Enttäuschung oder von falschen CO2-Versprechen kann ja überhaupt nicht die Rede sein. Ich meine, wir haben jedes Jahr mehr Elektroautos auf den Straßen und trotzdem sinken die CO2-Emissionen von Deutschland nach und nach ab. Und das auch noch bei gleichzeitiger Abschaltung von Kohlekraftwerken. Also so schlimm kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Der Umstand, dass der Strom zum Betanken der E-Autos durchaus nicht nur aus erneuerbaren Energien stammt, also sauber und CO2-emissionsfrei ist, wird in dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt. Das ist auch wieder definitiv nicht falsch. Das ist definitiv nicht richtig, Entschuldigung. Das ist definitiv nicht richtig, was Sie da sagen. In den seriösen und ernstzunehmenden Publikationen und Analysen dazu wird sehr wohl der aktuelle Strommix herangezogen und nicht ein virtueller 100% Ökostrommix, mit dem ein Auto versorgt wird. In diesen Analysen wird immer der aktuelle Strommix genommen. Und zwar die realen Werte und eben nicht, wie zum Beispiel beim ADAC, wie wir es da schon hatten und auch bei vielen anderen Analysen werden Strommixangaben genommen, die schon 5, 6 oder 7 Jahre alt sind. Also Frau Krone-Schmalz, ganz ehrlich, das, was Sie hier sagen, ist definitiv nicht richtig. Wäre gut, wenn Sie es mal überarbeiten würden. Angesichts dieser Lage und der Tatsache, dass sich die Gesellschaft in ihrer Mehrheit offensichtlich nicht danach sehnt, sich möglichst schnell ein E-Auto zuzulegen, stellt sich die Frage, warum deutsche Autohersteller jetzt in dem Maßstab diese E-Autos produzieren, die noch keiner haben will. Naja, also hierzu muss man ja vielleicht mal zwei Dinge sagen. Also erstmal sehen wir ja seit mehreren Monaten eine enorme Zunahme an Zulassungen von Elektroautos. Und ich kenne selber viele Leute, die Elektroautos haben wollen, noch auf das ein oder andere Modell warten oder einfach lange warten müssen, weil einfach die Produktionskapazitäten noch nicht entsprechend da sind. Immer mehr Leute interessieren sich wirklich ernsthaft mit dem Thema Beschaffung eines Elektrofahrzeuges. Tja, und warum sich auch die deutschen Hersteller damit auseinandersetzen, ist doch klar. Wir brauchen eine Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr. Und das geht nun mal nur mit Elektroautos. Das funktioniert nicht mit Verbrennerfahrzeugen. Und aus dem Grund machen das auch die deutschen Hersteller. Auf welchem Planeten leben sie denn? Gucken Sie sich doch mal die Zulassungszahlen und die Verkaufszahlen zum Beispiel von Tesla an oder von anderen Herstellern. Die gehen doch durch die Decke. Davon, dass das keiner haben will, kann doch überhaupt gar keine Rede sein. Wie kommen Sie denn da drauf? Weil es Millionen an EU-Fördergeldern dafür gibt? Professor Jörg Wellnitz von der TH in Ingolstadt, der die derzeitigen E-Autos sogar für eine Katastrophe in Bezug auf das Klima hält, zitiert einen Automanager mit den Worten, es zu machen, ist billiger als es nicht zu machen. Es ist sinnlos, aber es kostet weniger. Ja, schade, dass Sie an der Stelle uns verschweigen, wer denn diese Leute sind, von denen diese Aussagen dort kommen. Sie werden selbstverständlich immer wieder den einen oder anderen finden, der dazu seine ganz spezielle Meinung irgendwie hat. Aber global gesehen spielt es keine Rolle. Denn global gesehen geht an dem Thema Elektromobilität nichts mehr vorbei. Und jede Investition in eine alte Technik sind verlorene Investitionen. Und das haben auch die Firmen entsprechend erkannt. Also an der Stelle hätte ich mir schon gerne gewünscht, dass Sie mal sagen, wen Sie hier eigentlich zitieren, mit wem Sie hier eigentlich gesprochen haben. Es ist ja immer leicht zu sagen, ja, ich habe mit irgendeinem Wissenschaftler oder irgendeinem Techniker gesprochen, dessen Name nicht genannt werden will. Naja, dann kann ich mir den im Zweifel auch ausgedacht haben. Das passt zu einer Aussage des bereits erwähnten namenlosen Forschers. Die Strafzahlungen sind so hoch, erklärt er mit Blick auf die Vorschriften der EU, dass bei einigen Autokonzernen diese Zahlungen die Gewinne auffressen könnten. Das heißt, man produziert Hybride oder E-Autos, um die Vorgaben zu erreichen. Aber nicht, weil man von der Technologie überzeugt ist. Das mag im Einzelfall auch tatsächlich so sein. Das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber auf der anderen Seite werden auch immer mehr Firmen merken, dass die Produktion von Elektroautos einfach auch enorme Vorteile hat. Auch für den Kunden und sie vermitteln es auch entsprechend. Von daher so zu tun, als würde die Herstellung von Elektroautos bei den ganzen Herstellern irgendwie nur zwangsweise passieren, glaube ich eigentlich nicht. Wie gesagt, im Einzelfall mag das der Fall sein. Aber insgesamt gesehen haben die Firmen inzwischen, denke ich, sehr, sehr gut erkannt, welche Potenziale und welche Vorteile in dieser Technik stecken. Und dass es auch die einzige Technik ist, die es auch noch in zehn Jahren erlauben wird, individuelle Fahrzeuge überhaupt zu verkaufen. Beim Hybrid haben sie zum Beispiel ein Gewichtsproblem. Denn man hat die schwere Batterie und den Verbrennungsmotor. Ja, auch diese Aussage, ich will jetzt nicht kleinkrämerig sein, aber auch diese Aussage ist wieder so nicht richtig. Hybrid ist nicht gleich Hybrid. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen differenzieren. Und grundsätzlich ist man auch hier am Anfang der Technologie. Und da wird sich noch vieles tun. Es ist richtig, dass gerade die Plug-in-Hybriden sehr stark in der Kritik stehen. Auch gar keine Frage. Das ist auch eine technologische Entwicklung, die man sehr, sehr kritisch sehen kann und sehr, sehr kritisch sehen muss. Es gibt aber auch Hybrid-Konzepte, die deutlich besser sind. Der genaue Blick nach China könnte zu einer allgemeinen Ernüchterung führen. Dort wird nämlich die Förderung für Elektroautos stark zurückgefahren. Absolut richtig. Nur, was Sie hier nicht erwähnen, ist, dass genau das schon vor Jahren so auch eingeplant war. Das ist klassische Wirtschaftsförderpolitik in China. Man gibt erstmal sehr viel Geld in eine neue Technologie rein, sagt aber auch schon von Anfang an, dass diese Förderungen dann sehr stark abgeschmolzen werden. Man möchte ja, dass die Firmen nicht ewig am Fördertopf hängen, sondern diese Technologie so stark weiterentwickeln, dass sie sich ganz normal am Markt entsprechend behaupten kann. Also, was auch hier wieder von Ihnen gesagt wird, ist so in dem Zusammenhang schlicht und ergreifend nicht richtig. Wohingegen die Entwicklung ganz neuer Verbrennungsmotoren mit CO2-neutralen Kraftstoffen forciert wird. Aha. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass auch bei Ihnen das Thema CO2-neutrale Kraftstoffe, also E-Fuels, dann auch nochmal irgendwie kommt, weil das scheint ja irgendwie so ein Ding zu sein, was auch Sie anscheinend noch nicht verstanden haben. Möchte ich an der Stelle allerdings nicht vertiefen. Wir haben genügend andere Videos und Beiträge dazu gemacht. Von daher sollte man dann auch verstehen, wenn man sich diese angeguckt hat, dass es diese Art CO2-neutralen Kraftstoffe so nicht gibt, auch in 20 Jahren in den Mengen noch gar nicht geben wird. Und dass es sich aus meiner Sicht und aus vielen anderen hier tatsächlich um eine absolute Nebeldiskussion handelt, insbesondere von denen, die unbedingt den Verbrennungsmotor am Leben erhalten möchten. Und wenn man berücksichtigt, dass der Strom in China gegenwärtig noch im Wesentlichen durch Kohlekraft produziert wird, und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass China ein eigenes Interesse daran hat, die CO2-Belastung zu reduzieren, dann ist dieser Schritt nur logisch. Also ich kann, vielleicht bin ich auch intellektuell nicht auf Ihrem Niveau, aber ich kann diesen Gedankengang so nicht nachvollziehen. Und leider vergessen Sie auch zu erwähnen, dass China das Land auf der Welt ist, das die erneuerbaren Energien im Moment am stillsten und am stärksten ausbaut. Komisch, dass das bei Ihnen hier nicht erwähnt wird. Klimawandel ist ein Fakt. Darauf intelligent zu reagieren, setzt voraus, nicht in Aktionismus zu verfallen, sondern die ganze Bandbreite menschlichen Denkens, auch abseits des allgemein diskutierten, dafür einzusetzen, unseren Planeten weiterhin bewohnbar zu erhalten. Denkverbote helfen niemandem. Und es ist auch keine Lösung, unbequeme Informationen beiseite zu wischen, nur weil sie bereits vorliegende Konzepte kaputt machen. Hier sollte man vielleicht abschließend dazu sagen, dass nun gerade die deutschen Hersteller und auch gerade Deutschland mit Sicherheit nicht zu den Ländern gehört und zu der Herstellergruppe gehört, die sich beim Thema Elektromobilität nun durch eine besondere Geschwindigkeit in der Entwicklung irgendwie ausgezeichnet hat. Das Gegenteil ist ja eigentlich auch heute noch der Fall. Von den allermeisten deutschen Herstellern gibt es bisher höchstens ein oder zwei Modelle und auch die Politik in Deutschland ist noch nicht so richtig anscheinend von der Elektromobilität überzeugt. Da hat sich schon eine ganze Menge getan. Vieles ist besser geworden. Vieles wird auch durch vielleicht europäische Vorgaben erzwungen. Aber man muss ja auch immer gucken, woran liegt das eigentlich? Man muss mal genau hingucken, wer ich habe Politiker und wer ist mit wem irgendwie verwandelt und welche Dinge sollen da aufrechterhalten werden und wer zieht da im Hintergrund so ein bisschen die Strippen. Frau Kronischmalz, ich möchte an der Stelle jetzt einfach mal zum Ende kommen. Die ganze Sache jetzt hier schon seit etwas über einer Stunde. Frau Kronischmalz, ich bin von Ihrem Vortrag, den Sie hier halten, massiv enttäuscht. Sie stellen die Elektromobilität in ein sehr, sehr schlechtes Licht. Es fehlen schlicht und ergreifend Informationen, die Sie aus welchen Gründen auch immer nicht haben oder uns nicht preisgeben. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, gerade von Ihnen hätte ich hier einen deutlich besser recherchierten Beitrag erwartet. Und ganz am Schluss möchte ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen eine persönliche Einschätzung sagen. Aber das ist eine rein persönliche Einschätzung. Es ist meine persönliche Meinung und ich kann sie auch nicht durch Fakten darlegen. Frau Kronischmalz, wir wissen alle, dass Sie viele, viele Jahre in Russland gearbeitet haben und in nicht wenigen Talkshows auch die russische Sicht der Dinge, ich will mal sagen, ganz vorsichtig sagen, verteidigt haben. Kann es vielleicht sein, dass Sie nach wie vor ein bisschen dieser Vergangenheit anhängen? Vielleicht auch wissen, dass Russland ein Land ist, das über ein Drittel seines Staatshaushaltes aus dem Verkauf von fossilen Energieträgern, also Öl und Gas, bezieht. Und Sie vielleicht hier auch so ein bisschen so eine etwas andere Sicht der Dinge haben, als das eigentlich möglich wäre. Das ist eine steile These, das gebe ich ganz offen zu. Ich kann sie auch durch nichts belegen, ist meine ganz persönliche Meinung. Ich bin, wie gesagt, von Ihrem Vortrag sehr, sehr enttäuscht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Ausführungen, die Sie gemacht haben, noch einmal gegenrecherchieren. Sie können alles das, was wir hier und was ich hier gesagt habe, an vielen, vielen Stellen nachlesen. Die Linkliste dazu wäre quasi zu unendlich lang, aber das Internet ist die beste Linkliste, die es gibt. Vielleicht denken Sie über all das, was Sie hier gesagt haben, noch einmal nach. Ja, an der Stelle mache ich jetzt einfach mal Schluss. Ich denke, es ist klar geworden, worum es geht. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzugucken. Wir freuen uns immer über all eure Kommentare dazu. Wir freuen uns immer natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert und vielleicht auch die Alarmglocke klickt, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von uns ein neues Video für euch gibt. So, jetzt werde ich all diese Geräte hier mit diesen furchtbar bösen die zu Millionen Akkus, die ich hier so habe, Powerbank, die Zahnbürste und alles, was hier so steht, erstmal wieder zurückbringen und werde mich weiter für das Thema engagieren und mich einbringen und hoffe, wir sehen uns dann demnächst in einem weiteren Video wieder. Bis dahin, Julian sagt Ciao. Tschüss.